Ich bin hier heute in der Weihnachtswerkstatt von Weihnachten im Schulkarton in Berlin und ich helfe Geschenke einpacken, die dann an Kinder verschickt werden, die zu Weihnachten nicht unbedingt jedes Jahr Geschenke bekommen. Also heute ist schon mein zweiter Tag hier in der Werkstatt und gestern waren alle sehr motiviert dabei und wir haben auch am Ende des Tages bis zu 3.306 Kartons fertig gepackt und ja, das ist schon eine stolze Zahl. Wenn man mal überlegt, wie viel da alles an einem Tag zusammenkommt, kann man sich schon glücklich stellen. Die Geschenke werden von verschiedenen Leuten hergeschickt mit ganz vielen lieben Sachen drinne und Spielzeugen, Klamotten oder sonstigen Sachen und dann gucken wir, ob alles in dem Karton so stimmt, was da alles drin ist, ob das so weiter kann und dann wird das ja schön verpackt und weitergeschickt. Ich bin überwältigt von den Sachen, die die Leute in diese Geschenkkartons reinstecken, denn es ist wirklich schön zu sehen, dass viele Leute Sachen einkaufen für Kinder, die nicht mal deren eigenen sind und ja, da sind schon sehr, sehr viele süße Sachen dabei und auch ganz viele nette Briefe. Meine Motivation heute hier zu sein ist einfach auch meine Reichweite dazu zu nutzen und zu zeigen, dass Weihnachten nicht nur ein Fest ist, wo man Geschenke bekommt und Geld ausgibt, sondern auch an andere Leute denkt, Nächstenliebe ausübt und ja, viel Zeit mit anderen verbringt. Wenn auch du mitmachen willst, dann komm bis zum 5.12. hier in die Weihnachtswerkstatt und ja, helft mit, packt mit an und habt viel Spaß!